Herzlich Willkommen liebe Modellbahnfreunde und natürlich auch die es werden wollen zu einer neuen Ausgabe hier bei Xtrain24, einer Modellvorstellung. Nicht was Sie jetzt denken, wir haben jetzt keine Lokomotive, wir haben keine Wagen hier, sondern die bereits langersehnten Container von PT-Trains. Es hat ja im Vorfeld schon viel Aufmerksamkeit erregt. Diese Container von PT-Trains, das ist ein portugiesischer Hersteller. Es wurde viel gerätselt und gesagt, jetzt haben wir sie hier live im Studio und ich möchte sie Ihnen wirklich etwas näher bringen. Was auffällt und was vielen Modellbahnern schon auf den Bildern, die vorab mal so informiert beziehungsweise veröffentlicht wurden, aufgefallen ist, diese unheimlich hohe Detailtreue. Und dazu möchte ich jetzt erstmal einen Satz sagen. Diese Container sind originalgetreu nach einem Vorbild oder nach Vorbildern hergestellt. Was dieser Satz bedeutet, hatten wir schon teilweise als Diskussion bei uns hier auf der Facebook-Seite bei Xtrain. Deswegen möchten wir Ihnen jetzt diese Container mal zeigen und auch das, was originalgetreu bedeutet. Diese Container, wir sehen es jetzt hier im Bild, sind erstmals sehr, sehr gut detailliert. Ich habe es bereits erwähnt und natürlich auch bedruckt. Und es gibt verschiedene Verkehrsanbieter. Wir haben hier Hamburg-Süd und wir haben auch Maersk. Und wie sie alle heißen, angeboten werden diese Container als 20- und 40-Fuß-Container, die also eigentlich auch auf unsere Modellbahnwagen passen sollten. Dazu aber gleich noch etwas mehr. Ich versuche mal, diesen Container kameragerecht umzudrehen. Und das ist ja das, was vielen sehr gefallen hat. Man hat ja sogar hier, man sieht es auch ganz deutlich im Bild, diese Verriegelungsstangen nachgebildet. Die sind extra angesetzt, also nichts aufgespritzt. Die sind extra angesetzt. Und die Container lassen sich öffnen. Das heißt also, man hat verschiedene Möglichkeiten auf der Anlage, verschiedene Spielarten durchzukehren. Man kann also mit geöffneten Containern an Laderampen arbeiten und so weiter. Das dazu. Erstmal zu den Containern. Ich sagte bereits, die sind originalgetreu. Dazu muss ich jetzt nochmal, ich hoffe, die Kamera kann es einfangen, bei diesen Containern auf Folgendes hinweisen. Die Container, Sie kennen das vom Original, haben hier unten diese Ösen, beziehungsweise diese Öffnungen, wo die Containerzapfen, die auf den Wagen sind, normalerweise einrasten und dann verriegelt werden. Die Kamera hat es, glaube ich, diese Öffnungen hier unten, wo die Zapfen reinpassen. Wir sind auf unserer Seite schon gefragt worden deswegen und jetzt können wir das mal so richtig beantworten. Wir haben die Container hier. Sie passen auf Containertragwagen drauf mit einer Einschränkung. Das ist original und die Containertragwagen, die im Handel angeboten werden, sind zwar auch original nachgebildet, haben aber nicht die Zapfen, sondern die Containertragwagen, das wissen Sie alle, liebe Modellbahner, haben diese Öffnungen, diese Bohrungen. Das heißt also, die Container, wenn ich die jetzt auf den Wagen stelle, hier ist eine Bohrung und da ist eine Bohrung, hält nicht. Das ist der kleine Wermutstropfen. Aber es gibt ja auch Lösungen dafür. Und die haben wir mal ausprobiert und gefunden, beziehungsweise es gibt zwei Lösungen. Wir nehmen uns mal diesen Containertragwagen von Merklin vor mit der Bestellnummer 94 473. So, dieser Containertragwagen, ich stelle ihn mal hier her, ich zeige es Ihnen auch gern nochmal, hat, wie gesagt, zur Aufnahme der Container ebenfalls diese Bohrungen, diese Öffnungen. Das heißt also, wenn ich den hier drauf stelle, mache ich mal, dann fällt der schlichtweg runter. So, nun müssen wir natürlich hier unten jetzt die Zapfen rein machen. Wie mache ich das? Das ist die erste Lösung. Dazu besorgt man sich einen etwa 0,9 Millimeter starken Draht. Ich halte ihn ebenfalls in die Kamera. So, diese Drahtstärke reicht aus, um diesen Zapfen zu bilden, den man hier reinstecken kann. Damit man also, das ist eine Kompromisslösung. Also, von diesem circa 0,9 Millimeter starken Draht werden circa 3 Millimeter abgeschnitten, mit einem Seitenschneider, einer kleinen Zange. Und das Produkt, hier ist es, so, diese kleinen Stücken, mal sehen, ob es die Kamera einfangen kann, so, diese kleinen Stücken werden jetzt bei den Containern unten als Zapfen eingesetzt. Also hier rein und das an jedem Ende. Und wenn die dann drin sind, passen die dann natürlich auch wieder normgerecht auf die Öffnungen, beziehungsweise in die Zapfen, in die Öffnung rein, wo der Container aufgenommen wird. Das ist der einzigste Wermutstropfen, liebe Zuschauer, bei dieser Geschichte. Aber es lohnt sich. Man kann Draht nehmen, man kann aber auch Kunststoff, 0,9 Millimeter Kunststoff nehmen, je nachdem, wie Sie möchten. Das wäre die erste Lösung. Wem das zu fummelig ist, der kann natürlich auch mit Klebepads arbeiten, die es im Baumarkt gibt. Firma nennen wir jetzt nicht. Die man dann einfach hier drunter klebt oder unter den Container klebt. Und die dann sozusagen auf den Tragwagen aufsetzt, dann dürfte das auch halten. Das ist aber die denkbar schlechtere Lösung. Das ist so, naja, hm. Aber wenn man sich selber die Mühe macht und eben so einen kleinen Zapfen produziert, die man entsprechend in die Öffnung einbringt, ist das etwas sauberer und auch etwas besser. Und vor allem, man kann sie runternehmen. Jederzeit. Und muss sie nicht dauerhaft kleben lassen. Also wer lange Containerzüge bildet, wo die Container draufbleiben, ist das die schnellere Lösung mit den Klebepads. Wer aber die Container wechseln möchte, weil er einen Kran gebaut hat, der die auch noch abhebt, der sollte dann zu der Methode greifen, wie wir sie eben vorgeschlagen haben. Diese Kompromisslösung. Ich muss aber nochmal sagen, das, was PT-Trains gebaut hat, ist original und ist richtig so. Jetzt möchte ich nicht die Modellbahnindustrie, die deutsche Schelten, aber wir haben Container, wo die Zapfen am Container sind. Und dann passen die auch hier rein. Hier ist es genau umgekehrt. Also hier müssen Sie wirklich nochmal ein bisschen Hand anlegen. Die Mühe wird es wert sein. Muss ich Ihnen wirklich sagen, es gibt ja verschiedene Bedruckungen und verschiedene Größen von diesen Containern. Sie sind auf alle Fälle ein Hingucker auf Ihrer Anlage. Und bei uns, bei Xtrain24, auf dem Modellbahnportal, bekommen Sie diese Container bereits ab 11,95 Euro das Stück. Sie können also gern bei uns nochmal ein bisschen auf den Seiten blättern, sich das ein oder andere angucken. Und ich hoffe, dass ich damit auch viele Fragen geklärt habe, die die Modellbahner uns schon gestellt haben. So sieht es aus, aber es ist die Mühe wert. Die Container sind toll und schick. Und ich wünsche Ihnen viel Spaß damit. 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 Und ich wünsche Ihnen viel Spaß damit.